Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Jetzt können wir Eleanor rufen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit es eigentlich noch geht. Ich dachte, es wird jetzt mal langsam Zeit für das Ende. Und vor allem möchte ich jetzt endlich mal Lamp töten. Und ich brauche dringend Munition. Eins mit ihr. Oh, da gibt es Geld. Oh, nice. Ähm. Okay. Okay, sie geht mal richtig ab. Nice. Subject Delta. Ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Was hast du vor? Oh Gott. Sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Oh, sie ist immer noch so schnell vorbei. Aber auch nur seitdem du dabei bist. Okay, hier gibt's keine Gutis mehr. Zum Innenbereich von Persephone. Okay. Bände deine Vorstellung bei 10 Gegnern und einem Kampfbony gegen diese zu erhalten. Ja, das hab ich die Meisterzeit gar nicht gemacht. Aber was? Hm. Okay, also sie wird jetzt alle umbringen. Nach oben, Vater. Schnell. Ja, gleich. Kein Stress hier. Ich muss hier erstmal Sachen aufklauben. Wie gesagt, das hab ich vorhin alles verballert, liebe Tochter. Was ist das? Also das ist einfach nur eine Karte. Ähm. Okay, wir werden bei beiden Seiten rauskommen. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot-Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, wenn du das sagst, ähm... Ich muss erstmal Sachen kaufen. Okay, kein Geld mehr. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Das ist eine gute Frage. Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schönen werden bis auf weiteres geschlossen. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben-Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Cool. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Bestimmt nicht. So, und jetzt? Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt. Auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Ja, wohin denn? Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Ja, komm mal her. Alter, was ist denn hier los? Alter, scheiße! Wie sieht es aus mit Upgrades? Wie viel habe ich? Oh, yes, bitte. Wir machen... Wir machen... Ja, was machen wir eigentlich? Sag ich schon, mit Sektenschwarm, mit Sektenschwarm, Köder, Köder, Köder. Sicherheitskommando 3. Kann ich jetzt auch verbesserte Bots rufen? Mh, ne. Burjai, Maschinenknack, Kutschluss, Extra, Nahrung, Easy, Kater, Beziehung, Experte. Was macht das? Ne, war ich auch nicht. Wandelt das entfernt, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Alles nicht so interessant. Okay, gehen wir mal wieder nach oben. Ah, ich wünschte, das würde mal schneller hier gehen. Komm, schneller, 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 schneller. Ich würde höchstens das Hacken noch gern verbessern. Da, Gen-Tonica-Slot. Danke. Bordercraft, Hackers Delight. Ja, bitte, ausrüsten. Gen-Tonica-Slot. Noch einen, bitte. Shorter Alarms, Griffierender Bursch, scharfe Beobachter. Nee, schließen. Abwackeln, wie das passiert ist, hier. Könnte noch einen Eve Upgrade machen. So, und jetzt beim Hacken, haben wir da noch irgendwas? Sicherheitskommando. Telekinese, Bohrer, Maschinenknacker. Wird ein Schaden, den du Kammer und Bots. Kurzschluss, Extra, Nahrung, Easy Hack. Die Hack-Erfolgszone werden etwas größer. Ja, bitte, danke. Und dann gehen wir noch auf die Gesundheit. Dass wir die mal ganz hoch machen. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Da, Gesundheits-Upgrade. Und auch mal Eve. Können wir jetzt noch zwei um. Nice. Oh, da ist noch eine Kiste. Die holen wir uns. Das ist schlecht. Also er sagt, ich soll hier rein, aber ich komme hier nicht rein. Da hat sie irgendwo einen Schalter. Ah. Okay. Ich brauche einmal hacken. Da haben wir einen Hack-File. Dankeschön. Oh, what the fuck. Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Wie genau hast du das dann vor, wenn wir dann draußen sind? Oh, Himmel. Der Messias ist böse. Aber du hast dich so tapfer geschlagen. Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie. Bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Ja, bestimmt nicht. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Ja, komm doch bitte mit. Oh, what the fuck. Fuck. Okay. Oh, man. Alter. Jetzt sind wir... Scheiße, ich habe fast gar keine Gesundheit mehr. So ein Scheiß. Fuck. Oh, schöner Glitchi beginnt es da auf der Seite. Ja, aber wir sind eh gerade wieder hier. Und jetzt wieder gerne die Eleanor. Okay. Gut, dann werde ich zerstört. Oh. Hier unten herrscht tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert. Hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung jemals freizukommen. Und was wirft man uns vor? Ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Ich würde gerne wieder was sehen. Bitte, danke. Wow, warte. Okay, haben wir hier in den Schränk noch was? Na ja, paar Woodies. Ach, nö. Kriege ich ihn direkt? Delta kann mich hier nicht erreichen. Du schon? Noch nicht. Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Uh, goodies. Du sprichst mich als Kind an, Mutter. Ein gerissener Schachzug. Oh, pass. Sie hofft immer noch, dass ich es akzeptieren werde unter ihrer Fürsorge. zu überleben. Wir fliehen gemeinsam, Vater. Oder wir sterben hier. Ja, aber Hauptsinn muss sein, dass wir Mrs. Lab aufhalten. Ich will dich weg, der Mann sehen. Oh. Er war schon fast tot. Also noch ein Boss feigt, irgendwo. Junge, es tut mir leid. Ich hab dich hier drin eingesperrt. Lam lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiter zu leben. Ich würde dir den Code für dieses, dieses Tastenfeld ja verraten, wenn ich könnte. Aber? Es ist, als hätte Lam Mauern in meinem Kopf hochgezogen. Aber, aber die Gefangenen hier kennen die Kombination vielleicht. Sieh in den Zellen nach. Und bitte beeil dich. Es macht einen fertig, dauernd so zu singen, noch dazu ohne Erlaubnis. Und ich vergesse langsam den Text. Sinclair hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst. Oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir müssen uns einfach an ihn halten. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Wenn er tot ist, nehmen wir ihm dann den Schlüssel ab. Hey Murphy, hier ist Dodge. Ein Vögelchen hat mir gezwungen. Ach shit, das hätte er jetzt nicht machen sollen. Hier, du hast meine Warnungen viel zu lange ignoriert. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich habe ein Hacking-Tool aufgetan, um seine Geschütze abzuschalten und die Bots lahmzulegen. Ich habe auch den Code geknackt. Der ist zwei, sechs, gut. Zwei, sechs, irgendwas. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut. Und ich habe dich für diese Plasmid-Versuche an Fontaine vermietet. Und jetzt, jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Du hast den Code. Elementarschwamm. Lass dir den Tag nicht durch das Feuer ruinieren. Elementarschwamm-Tooling. Und erhältst du mit einem kleinen Bonus deine Gegner Elemente einsetzen. Das machen wir mit Schadenswürfe. Gott sei Dank, Junge. Und jetzt, und jetzt. Mach schnell, bitte. Ja, gleich. Äh, Ausgang. Wow, bitte erschreck mich nicht jedes Mal so. Bleibst du noch da? Ja, okay. Äh, zwei, sechs, äh, sieben, drei. Ah, ne. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Oh, fuck, fuck, fuck. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Oh, fuck, fuck, fuck. Die brauchen eine andere Waffe. Scheiße. Nice. Wir haben ihn. Die Abregelung aufzuheben bedeutet... Sicherheitsalarm deaktiviert. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Ähm, wo ist Elena? Oh, Power to the People. Oh, ja. Äh, 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 ähm. Was macht man denn? Ach, mach mal die Schöpfung. Sag, begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Elena, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter. Gegen dein Volk. Gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Wir müssen dorthin zurück. Schnell. Okay, nice. Warum kann ich jetzt Elena nicht mehr rufen? Ah, doch, jetzt. Komm. Oh, so eine Hektik. Ich gebe dir einen Vorsprung. Es ist immer so schnell vorbei. Komm, lass mich raus. Ah. Okay, einmal heim, bitte. Also, ist defekt. Na, geil. Gut. Dann gehen wir wieder. Wo müssen wir hin? Da hin. Okay. Also, den ganzen Weg wieder retour. Komm. Machen fertig. Nice. Riechen riechen. Puh. 211 Dollar. Wenn wir jetzt irgendwo an der Maschine stehen zum Munition kaufen, dann werden wir uns mal wieder eindecken. Jeder Augenblick reißt Eleanor weiter von mir fort, Delta. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts mehr. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Ich tanze in der Sonne. Oh, ich wünschte, ihr könnt den Punkt abstellen. Okay. Ich will dich weg, der Mann sehen. Okay, ich brauche irgendwas für die Gesundheit. Ganz dringend. Ach, Mann. Ein Schuss. Ein Schuss. Oh, Mann. Okay. Elena, wo bist du? Komm hier mal. Abfackeln. Ich jetzt gemein, der Elektro-Volt. Okay, bist du... Oh. Nice. Okay. Ich hätte gern nicken. 50er Kugel. Dankeschön. Dann gehen wir jetzt mal auf... Bitte. Was wird sie uns jetzt nur als Kommando da hinschicken? Docking-Plattform. Oh, toll. Bisschen arsch. Außer? Ich könnte das Wasser selbst verdampfen und das U-Boot so zum Auftauchen bringen, aber ich brauche sehr viel Edem und so viel Hitze zu generieren. Wir werden die restlichen Middle Sisters opfern müssen. Schnell, zu den Kinderstationen. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Oh, fuck. Du hast ein Mehrfachziel. Ich drücke M um zum Reiter Ziel, um alle Abschiede des Ziels zu sehen, um Aktivität zu wechseln. Der Pfeil und die Karte werden zu dem Aktiven Ziel führen. Ein Mehrfachziel. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Äh. Wo bin ich? Außer bin ich das da hier? Ach, Mann. Okay. Das dauert alles noch ein bisschen länger als gedacht. Ich lasse nicht zu, dass ihr mir noch einmal meinen Vater nehmt. Halt durch! Ich gebe mein Bestes. Aber sind da nicht hier auch überall die Big Daddies? Okay, hier hat's aktiv gar nix. Was ist auf das hier? Kommt da. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage. Oh, toll. Leute, fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Helena, wo bist denn du jetzt schon wieder? Du musst ja halten. Okay, wir sind da. Und jetzt? Oh, was zum... Okay, das war Nummer 1. Warte, ich bist. Gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Ähm... Ich hab's jetzt... Ich hab's jetzt... Warte... Hä? Oh. Oh, no. Bin ich jetzt? Ach, ich bin da draußen. Okay. Okay. Also... Was muss ich jetzt machen? Hä? Rufknopf an welchem Fenster. Alter, ich werde beschossen. Ach, von da oben. Eins? Ich hab's jetzt... Da oben. Sag mal, sieh! Ach, du guckst! Ach, du guckst! Ah, na, na! фá! ching! Ach, du guckst! 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 Ah, anstrengend. Und jetzt? Ich hole das Adam aus Mutters anderen Kindern. Sie sind nur noch totes Gewicht. Du bekommst natürlich etwas ab. Wenn wir auf beiden Stationen waren, sollte ich stark genug sein, um das Wasser alleine zu verdampfen und das Rettungs-U-Boot zu starten. Nur weiter. Ich mach das mit Mutters klein, wie du es mir gezeigt hast. Ah, finde ich uncool. Ich hätte es gern bei mir. Okay, es geht nicht. So, kommt es mal zu mir. Okay, da ist Nummer 1. Und Nummer 2. Das bringst du ihr also bei, Delta. Das perfekteste Monster überlebt. Ich sterbe gerne, um ihr das zu ersparen. Oh, darf ich dich bitte umbringen? Okay, gut. Wo ist die zweite Station? Wir haben nicht dazu erzogen, ihn nachzuahmen, sondern dazu, die Welt so zu formen, wie sie sein sollte. Hör zu, Vater. Du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Und ich entscheide mich für dich und gegen sie. Okay, das wäre Station Nummer... Was ist denn da unten los? Alter. Komm, stirb, stirb, stirb. Okay. Hätten wir es dann jetzt? Oh, das Spiel ist so stressig. Sicherheitsbot. Wir könnten uns eigentlich... Ja, nochmal heilen. Danke. Und nochmal Sachen kaufen. Ich hätte gerne mieten. Sehr gut. Habe ich schon wieder mehr? Okay, was kann ich machen? Ja, nicht. Okay. Alles klar. So, liebe Leute. Ich muss mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Für euch ist noch ein Schnitt. Geht gleich wieder weiter. Bis gleich. Okay. Da bin ich jetzt schon wieder. War noch ein kleiner Schnitt für euch. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Aber ich bin so angespannt. Echt. Und da werde ich auch recht aggressiv ins Dukle ist, wenn ich Angst habe. Wo? Wo ist der hin? Na? Ich habe ihn noch erwischt. Das war die nächste Sprengladung. Wir müssen weiter. Wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. Oh. Aber noch hinter mir. Schieß mir den Rücken rein. Okay. Sehr gut. Oh. Da ist ein Big Daddy am Kommen. Ich brauche Munition und so. Ah. Scheiße. Da komme ich nicht dran. Und da ist die Kamera. Heckpfeil. Nice. Bonus-Schaden. Komm. Ah. Flieger. Okay. Ja. Ich riskiere es. So. Wirklich größer jetzt die Felder. Sehr gut. Ach. Dich werden wir jetzt hacken. Okay. Ähm. Eve-Spritze. Ja. Bitte. Der Rest ist uninteressant. Bitte lass uns jetzt langsamer vorbei sein. Und Eleanor. Ah. Ich kann wieder Eleanor rufen. Bitte schön. Wow. Fuck. Okay. Naja. War ich schon fast am Arsch. So, alles gut, was mir geht. Ich mache das Geräusch ein bisschen nervös. Von dem, was auch immer da hinten ist. Erlenor sollte das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Als erste lebende Utopistin. Sie sollte der ganzen Welt dienen, ohne eigene Interessen. Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf, kappt man ihm die Flügel. Das war dein Geschenk an sie, Delta. Genau wie sie gehofft hatte. Du musst stolz auf dich sein. Ja, nicht wirklich. Aber ich höre schon gar nicht mehr wirklich zu. Oh, eh. Hi, durch, Vater. Ja, also ich bin nochmal gespannt, ob ihr es wirklich bis nach oben schafft. Oh, Wasser. Gut, dass... Warum wachst du nicht auf? Ich werde nicht... Alter. Alter, was? Okay. Holy shit. Alles wurde wiedergeboren. Dich haben sie vergessen. Oh. Guten Tag. Hau dich jetzt. Geht er ganz schön ab hier. Ah, diesmal nicht. Surgery. Ähm. Noch so eine Anbetestation hier. Okay. Haben wir hier noch was? Nein. Ich glaube, man merkt es überhaupt, dass ich angespannt bin, oder? Oh no. Okay, wir werden dann mal... Moment. Wo ist denn das jetzt mit den Hack-Dinger wieder? Hackpfeil. Auto-Hackpfeil. Dankeschön. Und Elinor, wo bist du? Oh, es wäre noch schön gewesen, nicht? Oh nein. Kamera. Auto-Hackpfeil. Wo ist die Kamera? Hallo. Nice. Munition. Was? Wo? Okay. Oh fuck. Voll da. Noch eine Kamera? Ah, nee. Oh, bitte lass das jetzt vorbei sein. Elinor, kommst du? Oh, sie ist schon wieder weg. Elinor. Rufen hier bitte. Und da. Aua. Aua. Ja, komm, das ist nicht mehr. Oh, dankeschön. Okay, geil. Ammunition. Einmal hacken. Oh, hätte ich das gerade vorher gehabt. Mieten maximal, bitte. 50er Kugel. Alles. Okay, geht mehr. Dankeschön. Hier rein. Oh, von Dach. Was du nicht sagst. Scheiße. Wenn du fertig bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf. Dann gehe ich weiter. Das ist so dermaßen uncool. Wo ist der Scheiß Rufknopf? Noch nicht, Vater. Du musst erst Mutters Splicer erledigen. Ah, das war ich. Jetzt. Boah, taul ich jetzt. Arsch. Oh Mann. Scheiße. Jetzt aber. Jetzt zum Ballasttank. Ich kann das Wasser verdampfen und wir können weg. Wir müssen zur Dockplattform, Vater. Rasch. Okay, kommst du wieder mit zu mir? Komm mit. Ähm, Elena. Wo ist Elena? Hypnotisieren. Abfackeln. Winter. Sicherheitskommando. Okay, dann mach ich einfach Sicherheitskommando. Okay, wir haben wieder zwei. Dann gehen wir mal. Indem sie deinen freien Willen wieder hergestellt hat, hat Elena und ich gefragt, wie sie sich verhalten soll. Und was hast du sie gelehrt? Sich an Unschuldigen zu vergreifen. Und jetzt sieh sie dir an. Du bist der Vater eines Monsters. Gut, die Kinder sind tatsächlich relativ unschuldig. Oh, scheiße, Mann. Bitte lass es endlich vorbei sein. Boah, ich bin... Ich hasse Horrorspiele. Ich steige jetzt in den Ballasttank, Vater. Komm hoch zu dem Glas, wenn ich anfangen kann. Wenn wir loslegen, gibt es kein Zurück mehr. Zu welchem Glas? Hä? Wohin? Wollt sie jetzt hier rein, oder was? Du willst meine einzige Tochter aus ihrem Heim und ihrer Familie herausreißen, um sie an eine Welt ohne Hoffnung zu verfüttern. Und wenn Utopia mit ihr stirbt, lieber schicke ich uns alle in den Tod. Leb wohl, Eleanor. Mutter wird auf dich wachen. Da... Ja, super. Ja, super. Alter, nerv' nicht. Gleich verdampft es. Scheiße, ich bin gleich tot. Ja, und da bin ich auch tot. Na, wieder Jam-Bahn, alles wieder super. Ja, alles wieder super. Es verdampft. Jetzt kann ich dir im Kampf helfen, Vater. Benutz das Plasmid. Ach, Mann. Bleibt denn Eleanor als Star, während ich das mache? Okay, ich werde jetzt gleich schon mal Eleanor rufen. Und dann ein bisschen rumlaufen. Abfackeln, liegt der Bus, ich als Commander Eleanor. Eleanor. Okay. Einer down. Zwei down. Und dann? Und keine Waffe mehr. Und selbst ausgenockt. Und sie ist auch wieder weg. Okay, also gleiche Taktik nochmal. Äh, bitte boost sich als Kommando. Elektro-Bolt. Eleanor. Ich hab's geschafft, Vater. Das Ballastwasser ist weg. Entriegle den Andock-Mechanismus. Wo? Scheiße. Wo? Wo muss ich denn hin? Ah, Pfeil. Der Aufzug zum U-Boot ist geflutet, Vater. Wir müssen den Druck ausgleichen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Zerbricht die Glasröhren, um den Raum zu fluten. Ernst, jetzt. Alter. Ah. Bald haben wir es geschafft, aber es kommen immer noch welche. Zerbricht die andere. Nur so können wir sie aufhalten. War's das jetzt endlich? Wir, wir haben es geschafft, Vater. Wir starten. Schnell zum Aufzug. Ist es... Wo? Wo ist der? Das hat jetzt so gar keinen Spaß gemacht. Wo ist der Aufzug? Docking-Tunnel. Ist es da? Okay. Okay. Oh, da ist sie ja auch. Die Bomben, Vater. Wir stürzen ab. Renn! Oh, ich mache jetzt gerade gar nichts. Oh, scheiße. Oh, ich mache jetzt gerade gar nichts. Oh, ich mache jetzt gerade gar nichts. Oh, ich mache jetzt gerade gar nichts. Oh, ich mache jetzt 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 gar nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann, Vater, war der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mich gelehrt, dass die Unschuld nur ein Larvenstadium ist, eine Phase, die einmal enden muss. Nur wenn wir frei davon sind, kennen wir uns selbst. Du hast mir gezeigt, dass einzig und allein mein Leben zählt, meine Interessen. Mir geht es gut, alles andere interessiert nicht. Du hast ein Monster aus mir gemacht, Vater. Aber ich fragte mich, warum hast du die anderen gerettet? Du hast mich im Zweifel gelassen. Wolltest du nicht, dass ich bin wie du? Ich wusste, ich konnte dich retten und leben wie du. Aber wenn du Reue verspürtest, wenn du wolltest, dass ich selbst wähle, müsste ich dich loslassen, müsste ich dich sterben lassen. Reptures Traum ist ausgeträumt. Ich erwache und bin allein. Mutter habe ich zurückgelassen. Und du wolltest lieber sterben, als dass ich dir folge. Aber du hast mir das Größte aller Geschenke gemacht. Hast mir etwas gegeben, was ich niemals hatte. Meine Freiheit. Es gibt keinen Namen für das, was ich bin. Aber die Welt wird sich ändern. Ich dachte, wir packen es gemeinsam an. Doch als ich mit dir da saß, habe ich mich gefragt, ob es für mich überhaupt eine Erlösung geben kann. Dein Opfer hat mir Hoffnung gegeben. Aber Vater, wo immer du sein magst, du fehlst mir. Oh, wow. Was für ein Ende. Und ich hoffe, das war so wichtig, dass ich mich geopfert habe. Der Schluss jetzt, der war sehr, sehr intensiv. Ich war wirklich angespannt. Kämpfe haben mir jetzt weniger gut gefallen. Aber overall, Bioshock 2. Coole Spiel. Tolle Story. Und ja, jetzt wird es ja mit dem dritten Teil weitergehen. Und der hätte ja auch was. Ich weiß aber nicht, ob ich da ein Let's Play mache. Also wird es da, glaube ich, eher für mich nochmal spielen. Also ich habe es schon mal gespielt. Hätte aber Bock, das nochmal zu spielen mit allen DLCs. Ja, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Jetzt gibt es noch den Abspann für euch. Und ich bin weg. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Der Löwe ist draußen. Ich bin weg. Amen. 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 Amen.